Wann wart ihr das letzte Mal im Hier und Jetzt? Was habt ihr da gemacht? Welche Tätigkeit hat euch ganz und gar in ihren Bann gezogen? Warum ist es so gut, im Moment zu sein? Es ist ein bisschen anstrengender als normalerweise. Es fordert euch heraus, aber es macht euch eben keine Angst. Und das liegt daran, dass eure Fähigkeiten mit den Anforderungen eurer Tätigkeit zusammenpassen. Wir sind darauf trainiert, Fehler zu vermeiden. Und deshalb befinden wir uns die meiste Zeit in einer Haltung, die wir im Improvisationstheater ein Ja-Aber nennen. Und ich glaube, das wäre viel spannender zu sagen Ja und... Ich bin mir ganz sicher, wenn wir unseren Fokus dahin verändern, von der Angst zum Scheitern hin zu den Möglichkeiten, die wir haben, Wenn wir so, wie wir sind, mit dem, was wir sind und vollem Interesse an unserem Gegenüber in die Welt kommen, dann, dann entsteht wirklich Innovation.